Tod von Schweiz-Spielerin, 24 Das Drama um die vermisste Fußballerin Floriana Ismaili hat ein trauriges Ende gefunden. Die Schweizer Nationalspielerin ist tot im Kammersee entdeckt worden. Quelle, Saatpunkt 1 Die Schweizer Nationalspielerin Floriana Ismaili ist bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Viele bekannte Gesichter des Fußballs trauen im Netz um die 24-Jährige. Seit Dienstag häscht traurige Gewissheit. Die nach einem Badeunfall in Italien vermisste Schweizer Fußball-Nationalspielerin Floriana Ismaili ist tot. Im Netz nehmen zahlreiche Fußballgrößen und Vereine Abschied von der 24-Jährigen. Liverpool-Spieler Xadon Sakiri Ich bin tief geschockt über den Tod von Floriana Ismaili. Meine Familie und ich, möchten der Familie Ismaili und den Nahstehenden unser Beileid aussprechen.